Um den perfekten Motorradhelm auswählen zu können, müssen wir erstmal verstehen, aus welchen Teilen besteht der Motorradhelm und welches Teil hat welche Funktion und das machen wir in diesem Video, deswegen jetzt viel Spaß damit. Mein Name ist Marc und ich darf dich heute auf dem Kanal von Helmexpress begrüßen. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast, ich weiß das sehr zu schätzen. Wir machen heute auch ein cooles Video, nämlich wir schauen uns die einzelnen Elemente des Motorradhelms an und vor allen Dingen, wie funktionieren die auch, wir spielen die zusammen. Aber ich würde dich noch um eine Kleinigkeit bitten, dann like doch schon mal das Video und schreib einen Kommentar, denn das hilft mir so ein bisschen den YouTube-Algorithmus zu überzeugen, dass wir ganz okaye Videos machen und dafür zu echt mir einen Gefallen mit tun. Ist einfach so. Und wir starten jetzt mal mit den einzelnen Elementen des Helms und ich werde euch hier das unten in der Timeline auch markieren. Wir machen erst eine Übersicht und gehen dann sukzessive die einzelnen Teile durch und erklären auch dort deren Funktion. Deswegen also, wenn du nur an bestimmten Sachen interessiert bist, dann spring gerne hier unten in der Timeline, aber ich freue mich natürlich auch, wenn du dir das ganze Video anschaust. So, um jetzt mal mit den einzelnen Teilen anzufangen. Wir haben hier einen aufgeschnittenen Motorradhelm, wie man uns schwer erkennen kann und damit geht das immer am einfachsten. Wir haben zunächst einmal die Außenschale, die ist hier in diesem braunen Flechtmuster gehalten, ist nämlich ein Fiberglashelm, beziehungsweise glaube ich sogar ein Carbon-Faser-Mischhelm, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein prähistorisches Stück, was wir uns irgendwann mal entschlossen haben aufzuschneiden. Tendenziell ist mein Chef nämlich nicht so begeistert, wenn ich hier die Helme aus der Kulisse aufschneide. So, deswegen also wieder zu diesem Helm. Erstmal die Außenschale sieht man hier und darunter ganz, ganz plakativ die weiße Schale, das ist die Helminnenschale oder auch Polystyrol-Kalotte genannt. Die Funktion machen wir später. Also Außenschale, das hier und die Innenschale, beziehungsweise die Polystyrol-Kalotte, die Styropor-Kalotte ist dann dieses Weiße hier. Und innen drin, wie man hier noch sehen kann, ihr seht es hier auch, ist das Innenfutter. Das ist letztendlich ein stoffüberzogener Schaumstoff. Der generelle Aufbau des Helms ist also Helm-Außenschale, aus welchem Material auch immer, dann die Helminnenschale, dann das Helminnfutter. Also letztendlich dreilagig und ja, die Details schauen wir uns dann gleich nochmal an, im Detail nämlich. Dann haben wir hier natürlich immer eine Belüftung, die haben wir hier oben ebenfalls angeschnitten. Hier im Stirnbereich eine Belüftung und in der Regel im Kinnbereich auch nochmal eine Belüftung. Und ja, wenn es um einen vernünftigen Helm geht, dann haben wir im Hinterkopfbereich eine Entlüftung. Warum genau das so wichtig ist, klären wir dann gleich auch nochmal. Ich muss mich echt zurückhalten. Ebenfalls wichtig, das hier nicht vorhandene Visier und gegebenenfalls nochmal ein inliegendes Sonnenvisier. Und wir starten jetzt direkt mit den Funktionen der einzelnen Teile. Und zwar beginnen wir wieder mit der Helm-Außenschale. Grundsätzlich kann gesagt werden, dass eine Helm-Außenschale aus zwei Typen von Kunststoff bestehen kann. Nämlich aus Thermoplast oder aus Duroplast. Thermoplast ist zum Beispiel ABS-Kunststoff und wird tendenziell eher in günstigeren Helmen verwendet. Da kann man alleine schon mal ein ganzes Video zu machen, aber ich versuche es eben in Kürze zu halten. Wir haben bei ABS, bei thermoplastischen Kunststoffen eher eine kürzere Lebenszeit des Helms. Das heißt also ungefähr fünf Jahre. Wir haben auch gute bis sehr gute Sicherheitseigenschaften. Doch es gibt da so ein paar Nachteile noch gegenüber den Faserverbundhelmen, die zum Beispiel Fiberglas, Aramid oder auch Carbonfasern sein können. Oder auch Mischfasern. All das ist möglich. Und die haben den Vorteil, dass die eben nicht aus letztendlich einem großen Molekül bestehen, das in eine Form gegossen wird. Sondern, ja, die eben quasi verschiedene Faserschichten aufeinander laminiert werden. Also miteinander verflochten und dann einlaminiert werden. Das hat den Vorteil, dass die dadurch die Energie beim Aufprall auf eine größere Fläche ableiten können. Während, naja, ein ABS-Helm, ich habe es mal in einem anderen Video mit einem Kunststoffbecher verglichen. Ja, das gibt eher punktuell nach und gibt dann die Belastung durch die Energie auch eher punktuell an eine Stelle des Kopfes weiter. Beziehungsweise erstmal an die Polystyrol-Kalotte weiter. Also macht es durchaus Sinn, einen Faserhelm zu machen, der aufgrund der Materialbeschaffenheit das einfach besser auf eine möglichst große Fläche ableiten kann. Und dadurch den Fahrer am besten schützt. Des Weiteren definiert natürlich die Formgebung der Außenschale, genauso wie die darauf angebrachten Elemente, wie eine Belüftung, Spoiler, etc. Definiert einfach die Aerodynamik eines Motorradhelms. Und deswegen ist sie einfach nochmal zusätzlich wichtig. Natürlich kann die Außenschale nicht vernünftig schützen, auch wenn sie der erste Kontakt zum Asphalt ist, wenn die darunter liegende Polystyrol-Kalotte, die Styropor-Kern des Helms, nichts taucht. Und zwar ist das erstmal ein hochverdichteter Styropor, kann man glaube ich so sagen. Und zwar ist der bei, gerade bei hochwertigen Helmen, auch noch mehr dichtig. Das heißt, es gibt unterschiedliche Bereiche des Helms, der unterschiedliche Härte gerade hat. Je nachdem, wie stark eine Belastung an einer bestimmten Stelle wäre, ist es dann eben stärker oder weniger stark. Das hat damit zu tun, dass umso weicher der Styropor ist, umso eher gibt es natürlich nach. Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, wenn sehr starke Energien auftreffen, dass es Sinn macht, den ein bisschen härter zu halten. Damit er erst bei höheren Energien eine entsprechende Stauchung einfach mitmacht. Deswegen haben die Hersteller hier wirklich ein Konzept ausgearbeitet. Bei diesem prähistorischen Kandidaten wahrscheinlich noch nicht, aber bei den aktuellen, bei den hochwertigen Helmen ist das definitiv so. Und steht auch bei ganz vielen Helmen schon in unserer Produktbeschreibung, oder ich sage das auch in unserer Produktvorstellung, auf unserem Zweitkanal, dass hier eben dann eine mehrdichtige Polystyrol-Kalotte verwendet wurde, um eben den Fahrer möglichst gut zu schützen. Innenfutter ist auch so eine Sache. Das hat natürlich die Aufgabe, den Sitz nochmal zu optimieren. Generell, um nochmal ganz kurz einen Schritt zurückzuspringen. Bei günstigen Helmen gibt es eine Helm-Außenschalengröße. Das heißt also, ein XXL-Helm hat die gleichen Außenabmessungen wie ein Helm in S beispielsweise. Und das ist wirklich nicht schön. Deswegen, wie es auch selbst bei diesem Helm war, nimmt einen Helm, der mehrere Helm-Außenschalengrößen, wie gesagt, bei uns geben wir es auch immer an, weil es einfach ein Qualitätsaspekt ist. Manche Hersteller verwenden da wirklich drei Helm-Außenschalengrößen, um eben auch den Helm so kompakt wie möglich zu halten. Das heißt, wenn ihr einen S-Helm braucht, dass dann eben auch die Außenschale entsprechend kompakt ist. Und bei günstigeren Helmen ist das teilweise nicht so, was sehr schade ist. Jetzt können wir wieder zurückgehen, denn das Innenfutter, genauso wie Polystyrol-Kalotte, sind eben perfekt immer aufgepasst auf die jeweilige Größe. Nur zwischen der Polystyrol-Kalotte, also zwischen hier und dort, können teilweise noch Zwischenmaterialien verwendet werden, was eben nicht schön ist. Aber jetzt definitiv endlich zurück zum Innenfutter. Das hat nochmal eben die Aufgabe, den perfekten Sitz zu garantieren. Zudem leitet es auch Feuchtigkeit. Das heißt also, euren Schweiß in das Material hinein. Gute Innenfutter sind dabei nicht nur Hypoallergen, was sowieso Sinn macht, um eben Hautirritationen zu vermeiden, sondern antibakteriell. Das heißt also, auf den Stoffen kann nicht so gut ein Bakterium eben wachsen und gedeihen, was nicht nur gut ist, um eben keine Geruchsbelastung zu haben. Dahin geht nochmal wichtig, dass eben auch keine Hautunreinheiten etc. entstehen können, was sehr schön ist. Natürlich bei so ziemlich jedem Helm, egal wie teuer, könnt ihr das Innenfutter herausnehmen, um es zu waschen. Ebenfalls nochmal ein Qualitätsaspekt ist für mich dann das, ja hier Kinnwindabweiser generell, dass der Abschluss schön um die Kinnlinie herum geht, um den Helm so dicht wie möglich zu machen. Belüftung, wie gesagt, hier im Stirnbereich, im Kinnbereich und in der Regel hier eine Entlüftung, sodass wir eine gute Luftzirkulation im Helm haben. Das heißt Luft vorne rein und hinten wieder raus. Die sind immer verstellbar, wie beispielsweise bei diesem Kandidaten hier über dieses Rädchen. Und wahrscheinlich ist es so klein, dass ihr es hier nicht mal sehen könnt, aber wenn ich dieses Rädchen bewege, dann geht hier quasi eine Klappe zu. Hier hinter geht dann eine Klappe zu, sodass keine Luft hinein kann und wenn ich dran drehe, dann geht das runter. Und ich kann es damit hier durchfließen lassen, wenn ich den auch hier hinten, hier ist ebenfalls nochmal ein Schieber, wenn ich den dann auch öffne. Also sehr ausgeklügelt und auch wichtig, dass ihr darauf achtet. Gerade bei den Jungs und Mädels unter uns, die gerne Enduro fahren, also diese Art von Helmen bevorzugen. Achtet unbedingt auf ein gutes Belüftungssystem, weil gerade wenn ihr abseits der Straßen unterwegs seid, wenn ihr nicht so schnell unterwegs seid, dann ist eine gute Belüftung wirklich wichtig. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man Schnappatmung im Helm bekommt, weil eben die Luftzufuhr nicht hinreichend ist und man vielleicht nicht das Visier aufmachen kann oder will. Man muss es dann auf jeden Fall machen, wenn eben die Belüftung nicht vernünftig ist und man dadurch nicht genug Luft bekommt. Und deswegen achtet da unbedingt drauf. Das Visier, was wir hier nicht haben, achso, das ist hier einfach nicht dabei, aber ihr seht es hier, überall Visiere. Bei den günstigen Helmen ist es einfach ein Polycarbonat-Visier, bei den teuren Helmen ist es auch ein Polycarbonat-Visier. Das ist dann in Abhängigkeit von der Qualität eben mehr oder weniger kratzresistent, vor allen Dingen aber bei den mittelpreisigen, hochpreisigen Helmen ist in der Regel schon eine Pinlocklinse verbaut. Das heißt also, das Visier ist dann aus zwei Elementen aufgebaut, einmal das Visier und einmal eine Pinlocklinse. Das habe ich auch schon mal in einem separaten Video erklärt. Aber wenn wir jetzt mal einfach irgendeinen Helm dazunehmen wollen, dann ist das beispielsweise ein Kandidat mit einer Pinlocklinse. Ich stelle ihn mal einmal hier vor, der dann hier entsprechend die Pinne und wenn er dann zu euch ankommt, dann klippt man hier hinter nochmal die Pinlocklinse und hat dann eben ein beschlagfreies Visier, was gerade bei kälteren Temperaturen einfach von immenser Wichtigkeit ist. Deswegen würde ich es euch immer empfehlen, nehmt einen Helm mit Pinlockvisier. Zudem sei noch beim Visier gesagt, dass wenn ihr einen besonders leisen Helm haben wollt, achtet hier auf eine Gummilippe, die ringsrum geht, um das Visier möglichst gut anzudichten, weil das auch nochmal richtig Lautstärke aus dem Helm hinaus nimmt. Also das Untenfutter, was vernünftig abschließt und ein vernünftig abgedichtetes Innenvisier sind essentiell für einen leisen Motorradhelm. Genauso haben ganz, ganz viele Tourenhelme mittlerweile ein innenliegendes Sonnenvisier. Wir haben es hier schon tausendmal gesehen. Wenn ihr sowas habt, dann achtet darauf, dass dieses Sonnenvisier auch einen UV-Schutz hat. UV-300 ist so das Minimum, was ich euch empfehlen würde, denn dann hat es die gleiche Funktion wie eine Sonnenbrille und schützt euch eben auch, beziehungsweise eure Augen vor der UV-Strahlung und genau, viel mehr ist aber auch nicht zu sagen. Generell jetzt mit der neuen Helmnorm ECE 2206 werden die Visiere zunehmend dicker, denn man beschießt jetzt im Rahmen der Prüfung den Helm mit einer Stahlkugel mit, ich will jetzt nicht lügen, 50 oder 60 kmh und dabei darf er nicht splittern. Und dadurch werden, ähnlich wie man es aus dem Rennsport schon kennt, die Visiere ein bisschen dicker, was mega cool ist, weil sie auch eine höhere Steifigkeit haben. Das tut nochmal der ganzen Helmmechanik zugute. Das heißt, wenn du nicht so ein wabbliges Visier hast, dann geht das nochmal ein bisschen besser hoch und so. Also da werden wir von profitieren, auch im ganz normalen Einsatz. Natürlich ist es zudem nochmal ein Sicherheitsaspekt. Schauen wir uns jetzt nochmal den Kinnriemen an. Hier ein Doppel-D-Ring-Verschluss, das ist so der Klassiker und der wird auch bei Rennhelmen aktuell noch verwendet. Also das ist der gängige Standard und ja, bei Tourenhelm ist es eher so ein Mikrometrik-Ratschen-Verschluss, der dann eben mit einer Hand auch zu verschließen ist. Auch den zeige ich euch hier einmal. Also dieser hier hat einen Mikrometrik-Ratschen-Verschluss. Den könnt ihr dann so öffnen und eben auch so einfach wieder schließen. Das ist eben noch ein bisschen einfacher als dieser hier, wobei das eigentlich als die sicherste Art und Weise, einen Helm zu verschließen gilt. Jetzt wisst ihr Bescheid, woraus ein Motorradhelm besteht, welche Elemente welche Aufgabe haben und vor allen Dingen auch könnt ihr jetzt so für euch festlegen, was euch besonders wichtig ist. Ist euch ein besonders leiser Helm wichtig, dann achtet eben auf die Gummilippe beispielsweise, aerodynamischer Helm. Da geht es eben primär um die Außenschale, denn es gibt ja nun mal nicht den perfekten Motorradhelm, aber hiermit kann man sich jetzt ableiten, was ist mir persönlich wichtig und damit einfach auch den passenden Helm für sich auswählen. Wenn ich noch was vergessen habe, dann kommentiert es gerne unten, dann beantworte ich es euch gerne und wenn ihr noch weitere Fragen habt, generell alles gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf, generell freue ich mich drauf, wenn ihr das Video, falls es noch nicht geschehen, jetzt positiv bewertet, abonniert hier gerne unseren Kanal. Hier ist ein Video, wo ich euch die Helmarten erkläre, das verlinke ich euch, denn das passt sehr gut zum Thema. Also hier die Helmarten und ja, euch allen wünsche ich eine gute, vor allem unfallfreie Motorrad-Saison. Passt auf euch auf, bis dahin. Ciao.